Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Dead Island mit Doichi und Hubert Und was machen wir jetzt eigentlich Schönes? Ich hab mir gedacht wir klappen mal ein paar Questgeber ab Bevor wir hier die Quest abgeben Weil ich nicht mehr weiß wie lange wir dann noch hier sind Weil es gibt ja hier noch äh Es geht ja dann bald auch mal woanders hin Machen wir einfach Was ist das hier? So haben wir ein bisschen Geld mitgenommen Klar, da wir hier unser äh unser Probiant noch hinten drauf haben passt das ja ganz gut Ja Ich hab mir schon mal einen markiert Ok Der ist noch irgendwo bei den Bungalos Ich wusste den gar nicht auf dem Schirm gehabt Ich hab den irgendwann mal gesehen gehabt Aber hab da nicht mehr dran gedacht Ok Weil es aber nett was da auf uns zukommt Ich dachte mir ok jetzt fahren wir mal zu dem Mädel was da hinten und so Hilfe gebeten hat Aber dann habe ich gesehen da ist noch wer anders vorher Ok Schnappen wir uns doch erstmal den Gerne Oh Entschuldigung jetzt hab ich gegeben Ja Ja der Robert ist heute ganz schön Hat heute ganz schön gelitten Ja ich hatte einen anstrengenden Tag und jetzt irgendwie noch schnell vorproduzieren Weil ich jetzt ein paar Tage keine Zeit hab Ja Ja jetzt ist es schon Ne relativ spät Ja jetzt ist es noch nicht so spät Seit morgens auf dem Bein So wir müssen ausrecken Ja? Ja 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 Genau Ja 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 ab für jedes Bein Schlagen das ist super so hier oben wird nämlich was angezeigt und wir sind Zombies unerwartete Wendungen sind Zombies Städte ich hab grad mal die Tür zugemacht weil ich glaub da drin wartet schon einer auf uns oh der hat ein Hackeball in der Hand aah gib mir mal das da pack mal mein neues Gerät aus hier ja ich will mal hier gucken wir das mal an wiedersehen mhm alle schon hm alle gut oh hinter dir oh das hi moin log log oh schön umgefallen und bäm hier liegt noch ein äh hast du das Griechenmesser von dem anderen Bubi sonst oder egal hier wird wird noch ein Gegner angezeigt es hat auch mehrere ne es sind mehrere ich hab sie gewusst mach sie kaputt no du auch noch hier oder was ich hab den einen hier schon mal vorgeschwächt mach ihn mal kaputt nein nicht da kommst du nochmal hier her ich halt den grad auf dem Boden Aua und der hier draußen auch Tür ist noch eine Tür ist noch eine Tür Badezimmer so Taschenlampe wieder aus holen wir noch Alkohol auf dem Boden oh oh irgendwas wert ist irgendwas in hier ein Gewicht gefunden alles gut Draht oh hier oh hier irgendwo ein Zombie du lebst noch ah nee hier ist ein Typ ja red mal mit ihm ok du musst das Insulin zu meinem Bruder Danny er braucht er ist im Bungalow 14 bitte ok zu viel Zucker bring das Insulin zu Lukes Bruder Lukes Bruder Danny Schwierigkeitsgrad Einfach Belohnung 500 EP oh Entschuldigung jetzt hab ich das machen wir ok so denn wo ist das denn dahinten ich packier das gleich mal da kann was zum Fuß hingehen ok hier haben wir alle lange mal irgendwo da unten war noch ein Messer von hier glaube ich ach ja nicht gut Fleisch da bist du oh warum sie noch einmal her setz sie mal hin ja genau so ist es klatsch in die Ecke gehauen so was was geht aus dann können wir hier holen so ah ah du hast Kopf weggemacht so jetzt gehts einmal hier drüber und dann mal gucken ob der hier noch lebt nie Aua heißer Motor dumme Idee hallo er setzt sich halt mal hin ich bin ganz schön außer atem hier waren wir auch schon mal gewesen ja genau warum geht es kann ich das nicht zurückfahren was du denn da also das auto weg das mute ich mal weiter sowas geschenkt im haus warum kaufst du hier so an ach hier ist auch noch eine question aha aha ach so hier müssen wir sogar hin aha oh schau mal hinter dir mal hinten wo denn auch freunde wo sie es verbundet so und jetzt noch einmal her die junge frau ist auch noch da ich hab's nur knacken gehört so jetzt wieder da hoch ja genau dann mal rum weil hier muss dann irgendwo die tür sein wohl oh dann trinken wir es gut hallo 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 die Lübe so gut angehört standartmäßiger Stock nur so kurz was gucken was solltest du gucken? Nix wo man schon so kräftigen mit dem typ also den wir müssen bestimmt das ist möglich woanders rum in der brieftasche so Quatsch warte du bist nicht mein Bruder er muss dich senden danke ich werde warten bis das rauskommt warten bis Luke hier ok und jetzt können wir von ihm was nehmen das gibt doch Geld 5 und 8 5 und 8 so war nicht so gut was sagt die Karte das ist natürlich die große Frage jetzt haben wir da hinten natürlich das Auto stehen wir haben doch hier noch ein neues Auto gehabt ne mhm ja das war der Typ der hier genau genau der gesagt hat wir sollen sie retten ja richtig naja was soll man sagen er wusste es ja was monitas was sag ich was monitas sag ich ich war ich war ich war ich war ich bin ich bin du bist im Fahrersitz du bist du bist du bist du bist du bist da wo es nicht klappen soll ja richtig naja jetzt bin ich wieder bei Fahrer egal nicht nicht so schlimm nicht so schlimm und wieder on the road gut jo hier ganz schön viel Autofahren und so mir macht es ja echt Spaß muss ich sagen unser Autofahren ja total oh da stand unser Auto oh 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 wir haben unser Auto wirklich super geparkt beziehungsweise sehe ich überhaupt nicht im Weg ah ich sehe nicht so viel danke haben sie durch die Scheibe geschlagen was haben sie durch die Scheibe geschlagen bei dir ne ich habe die Scheibe kaputt gemacht das macht der Charakter automatisch nachdem die so eingerissen ist so ah so ah ach stimmt das war sie jetzt genau we were driving to the lifeguard tower when something jumped in front of the car John lost control and we crashed Er ist noch da, in dem Auto befestigt. Du musst mich helfen, ihn auszuprobieren, bitte. Ja. Oh, danke. Richtig, über hier. Eine Epidemie. So, wie geht das? Ich mach mal auf. Hey. Was? Von wo? Jetzt sieht man es auch. Von oben, wo wir herkamen. Äh. Kommt der Nächste. Aber irgendwie nicht so richtig, ja jetzt. Oh, was war das? Das sah cool aus, oder? Wart ihr auch so Zeitlupe? Der ist gerannt, hat einen gekriegt. Nee, bei mir war es mehr so, einmal mit der Handkante draufhauen. Das war kein richtig geschlagen bei mir. So. Ich bin so froh. Ja, schluss hier, please hurry, mach mal selber. Oh, 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 oh. Wir dürfen alles aus dem Kofferraum nehmen, was wir brauchen. Der Medikit und dein Brecheisen. Brecheisen genommen. Kannst du das Medikit nehmen. Okay. Ja, das war es auch schon. Ja. Oh, Schraubstüte. Mit der Zeitstab. Laufen, 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 laufen. Wo jetzt hin? Hey, warte auf mich, warte auf mich. Ah. Ah. Wo jetzt hin? Jetzt fahren wir hier runter, da wo du meintest, da ist Action. Wie, da ist Action? Da wo du meintest, da sind so viele. Ach so. Baut es lange? Eigentlich nicht. Also so nicht. Nee, aber wir können ja hier vorne mal alles bereinigen und dann schauen wir uns in der nächsten Folge mal, was da drin saugen zu haben. Ja, oder wenn da jetzt doch irgendwas kommt. Ja, hallo. Ey, das schwere sieht das böser aus. Was? Ja, bei mir hängt hier so halb im Zaun drin von den Zombies, die ich überfahren habe. Also hier ist ein Fleck. Ja, hier im Gebüsch ist bei mir so ein Fleck. Ja, nee, da ist noch was zuckendes. Ja, hier hängt ein Tor so hoch. Ja. Nee, da hängt nichts mehr. Jetzt ist da nicht mehr mehr im Fleck. Nee. Na gut. Ja. Schöne Bilder. Macht immer wieder Spaß. Ja. 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 Aufs Auto hüpfen, seitlich geht nicht. Na gut. Alles da, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und Einschalten und so. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja. Sagen wir beiden hier so. Genau. Bis dahin. Macht's gut. Unseren. Tschüss. Tschüss.